Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ein letztes Mal aus dem sonnigen Süden und diese Aufnahme mit dem beleuchteten Pool dahinter, auf die habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut, die muss jetzt einfach sein. Aber auch wenn das von hier aus eher ein bisschen unwirklich wirkt, die kalte Jahreszeit und Schnupfen und alles was damit zusammenhängt, Grippe und sonstige Malesen, die stehen ja bekanntlich auch uns dann allen bevor. Und naja, immer wieder ein Thema ist es, was darf denn der Träger, was darf die Kita-Leitung oder wer auch immer dort in der Verantwortung für Personalsachen ist denn eigentlich machen, wenn eine Erzieherin, ein Erzieher krank zu Hause sich an den Taschentüchern zu vergreifen hat und einfach total unpässlich ist. Vorneweg, weil das auch im Familienkreis immer wieder ein Thema ist und für eine große Überraschung sorgt, ja, man kann während einer Krankheit und wegen einer Krankheit gekündigt werden. Das, wo immer es herkommen mag, von wegen man kann nicht kündigen, wenn jemand krank ist oder weil jemand krank ist, dass wir wissen nicht, wo es herkommt, dass irgendein Fuzzi mal im Internet behauptet hat und von Google irgendwie immer wieder präsentiert wird. Wir wissen das nicht. Es ist totaler Schmarrn. Auch das geht. Eine Krankheit schützt nicht vor Kündigung, weder wegen noch während der Erkrankung. Das vorneweg wird es doch viel, viel interessanter, noch zu schauen, was eigentlich der Arbeitgeber darf, wenn jemand krank ist. Darf man angerufen werden? Es gibt kein Verbot. Man darf angerufen werden, wenn man krank auf der Couch sitzt und gerade den Fernseher tüchtig malträtiert, um alle möglichen Serien irgendwie durch die verstopfte Nase durch trotzdem zu genießen. Das geht. Es gibt kein Verbot, dass man angerufen wird. Die Frage ist nur, was muss man beantworten? Und da wird es spannend. Natürlich, ein Arbeitgeber kann fragen, wie lange wird die Krankheit noch andauern? Weiß ich nicht. Ich tue mein Bestes. Wann ist wieder mit dir zu rechnen? Weiß ich nicht. Der Arzt hat gesagt, das kann zehn Tage dauern. Oder man kann sich auch hier bei der Antwort total im Ungefähr erst mal positionieren und auf die voraussichtliche Krankschreibung gemäß Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verweisen. Dann müssen während der Erkrankung irgendwelche Arbeiten erledigt werden. Nein, die Krankheit suspendiert die Pflichten eines Arbeitnehmers zur Arbeitsleistung. Ausnahme, wirklich Ausnahme, sind solche Knaller wie nur die Person, die krank zu Hause sitzt, hat irgendwie Kenntnis vom Passwort, vom Computer. Das ist die Ausnahme. Das Passwort muss rausgerückt werden. Oder nur die Person, die krank zu Hause ist, weiß, wo irgendwas total Wichtiges gerade versteckt worden ist. Auch diese Informationen muss man irgendwie liefern. Das kommt aus dem Arbeitsvertrag. Das sind sogenannte nicht geschriebene, trotzdem sehr wirksame, arbeitsvertragliche Nebenpflichten eines Arbeitnehmers. Aber ansonsten, all das, was so... So, jetzt hat es doch direkt ganz kurz das Video weggehauen. Aber der Satz sollte enden. All das, was man sonst so an arbeitsvertraglichen Verpflichtungen hat, das muss während der Krankheit natürlich nicht geleistet werden. Insofern, gute Besserung an alle, die gerade krank sind. An alle anderen, die nicht krank werden wollen. Passt gut auf euch auf. Und morgen geht es garantiert weiter. In dem Sinne, ciao.